Also ich spiele jetzt einfach mal ganz scharf, kurz auf Thomas Wagner, der muss einfach nur einnetzen und Tor. Ich glaube, war ich jetzt unter acht Sekunden? Ich glaube schon, oder? Der Podcast ist vorbei. Boah, da hat ein Österreicher kurz vorher, hat eine Sekunde früher getroffen am Wochenende. Baumgartner, der Sack. Ja, sonst wäre es das schnellste Tor aller Zeiten gewesen. Mats Butgereit, der Standardtrainer, durfte ich vor anderthalb Jahren in Katar interviewen. Echt ein sehr netter, cooler Däne. Ich habe mich dann manchmal gefragt, weil der wirklich gute Ideen hatte, warum schießen wir so schlechte Standards. Aber das war sein Ding, eingeübt. Ich muss sagen, die Schusstechnik von Wirz ist natürlich Wahnsinn. Aber das war mal ein Knallstart, würde ich sagen, oder? Du, und wenn man Standards mittlerweile schon ab dem Anstoß einführt, dann braucht es vor allen Dingen eins, nämlich. Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast Nett, Maik Leis und Thomas Wagner. Was war das bitte für ein Wahnsinn, würde Thomas Wagner sagen. Das ist ja völlig irre. Wir haben gedacht, wir hätten das schnellste Tor ever geschossen bei der Nationalmannschaft. Und dann kommt der Baumgartner am selben Tag, bist du deppert und schießt einfach mal in sechs Sekunden ein Tor. Das gibt es doch alles gar nicht. Ja gut, wie schnell das Tor fällt, das ist jetzt eigentlich relativ egal. Na mir nicht. Also ich bin ja einer von der schnellen Sorte, du ja nicht so. Ja, aber du willst ja auch immer ins Guinness Buch der Rekorde, das ist auch klar. Richtig. Aber ich würde sagen, es war vor allen Dingen, also ich habe es tatsächlich in einer großen Sportsbar geguckt. Du hast am Anfang so gemerkt, die Leute eher so, was gibt es denn heute am Tisch dann? So der eine, wir kriegen heute fünf Stück und sowas. Und ich habe noch nie gesehen, wie schnell sich eine Stimmung rund um eine Mannschaft drehen kann, sodass ich glaube, dass wir echt mit einer großen Euphorie in die Europameisterschaft gehen werden. Und ich habe es ja Anfang des Jahres gesagt, man kann das hier nachhören. Ich sage, diese Mannschaft kommt mindestens ins Halbfinale. Dann brauchst du natürlich noch was anderes dazu. Aber das war ein richtiges Statement von Trainer und Mannschaft und kann sicherlich so die Euphorie ein bisschen ans Köcheln bringen. Total. Aber von vorne weg, also ich muss ganz ehrlich gestehen, die Kammerpeitsche hat zugeschlagen. und Marc-André Ter Stegen stand im Tor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt keinen, für mich gibt es keinen, ich weiß nicht, wie du es siehst, keinen Torhüter auf der Welt, der derart, und das hat er in diesem Spiel gezeigt, unfassbar gut links- und rechtsfüßig das Spiel eröffnen kann, präzise Pässe von hinten rausspielt. Es gibt keinen besseren. Und ich verstehe, ehrlich gesagt, die Entscheidung von Julian Nagelsmein. Das ist eine Entscheidung, die verstehe ich spätestens nach diesem Spiel überhaupt nicht mehr. Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir das fast am Ende machen, weil das ist das Einzige, was mich auch ärgert. Aber wenn du es natürlich schon ansprichst, Partner... Naja, ich spiele es natürlich von hinten raus. Ja, ja, ich spiele es von hinten raus. Also das Marc-André Ter Stegen, einer der besten Fußballer der Welt, ist auf der Torhüterposition. Das ist ja gar keine Frage. Also Lionel Messi himself hat in Barcelona gesagt, einer unserer besten Fußballer ist unser Torwart. Also dann brauchst du nicht weiterzusprechen. Voll. Ich finde, wie man mit Marc-André Ter Stegen in der Nationalmannschaft seit Jahren umgeht, das finde ich schon bemerkens- und bedenkenswert. Spätestens, also dass er damals 2018 zum Beispiel nicht gespielt hat, wo Manuel Neuer fast ein Jahr lang verletzt war, das war schon so ein erster richtiger Schuss vor den Bug. Und spätestens nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer, nach der WM, hätte man ganz klar sagen müssen, so, jetzt ist Marc-André Ter Stegen unsere Nummer 1, egal was passiert, egal wann Manuel Neuer zurückkommt, weil das ja auch etwas mit dem Standing in der Mannschaft zu tun hat. So wird Ter Stegen ja immer so angeguckt, ja, super Torwart, aber wenn der andere wiederkommt, ist er eh die Nummer 2. Das macht ja auch was mit deiner Rolle in einem Team. Dann ist er die Nummer 1 und dann mauert das mit guten bis ordentlichen Leistungen. Und dann sagt Manuel Neuer selber, nachdem er gegen Darmstadt beim 8 zu 0 damals sein Comeback gefeiert hat im Herbst, ja, die Nummer 1 im Moment ist Marc-André Ter Stegen. Seitdem hat Manuel Neuer kein Länderspiel bestritten und nur weil Ter Stegen wegen Rückenproblemen bei 2 nicht dabei war, da hat er einen Trapp gespielt, ist jetzt Neuer die Nummer 1, ist für mich völlig unverständlich. Zumal, ich höre ja von allen in ihrer Wunschelf immer, dass sie sich bei Manuel Neuer erhoffen, dass er wieder dieser Rückhalt wird, dieser beste Torhüter der Welt, der er war, da bin ich auch der Meinung, das war er bis 2016. Er hat überragende Turniere wie 2014 gespielt, aber das ist schon 8 Jahre her. Aber danach doch nie mehr. Die letzten 3 Turniere bin ich bei dir. In Russland kein Faktor gewesen, bei der EM kein Faktor gewesen, in Katar sogar 3 Gegentore verschuldet. Und das andere ist ja als Kapitän nie vorangegangen in einer Diskussion damals mit dem Trikot Erdogan, Özil und Gündogan zum Beispiel. Keine Stellung bezogen. Immer nur Stellung bezogen, wenn es um ihn selber ging, wie damals, als man Adler ein Länderspiel geschenkt bekommen sollte. Nee, nee, das mache ich nicht. Also so stelle ich mir keinen Kapitän vor. Deshalb frage ich mich, warum die meisten so tun, oder viele, sagen wir es so, als wenn er der Heilsbringer wäre und als wenn Ter Stegen so eine Notbesetzung wäre. Ich finde es echt richtig bitter, wenn man mit Marc-André Ter Stegen umspringt. Das hat noch weniger mit Neuer eigentlich jetzt zu tun. Ich sage einfach, Ter Stegen hätte es absolut verdient, die Nummer 1 zu sein. Nagelsmann hat es abgeräumt. Ich weiß auch gar nicht, warum er das so früh gemacht hat. Beziehungsweise ich hätte es in die andere Richtung gemacht. Aber es ist nun mal, wie es ist. Und wir haben wahrscheinlich die beste Nummer 2 auf der ganzen Welt. Ja, ganz sicher sogar. Ja, ganz sicher sogar. Nochmal, ich bleibe dabei mit meiner Meinung. Ich finde, es ist der beste Torhäuser, den wir haben. Vor allen Dingen gerade, wenn du es in der gesamten Spielgestaltung siehst. Dann ist er einfach cool stehen geblieben bei diesem versuchten Lüpfer von Mbappé. Genau. Wobei, das ist eigentlich auch eine Stärke von Neuer, dass der bei solchen Sachen auch stehen bleibt. Das muss man schon fairerweise sagen. Okay, gut. Aber es waren einfach insgesamt ein paar Sachen dabei, wo ich denke, nur bei diesem Spiel schon alleine, da macht er den Unterschied. Und es ist für mich total unverständlich, dass man jetzt, auch wo du gar nicht weißt, wohin geht eigentlich die Reise mit einer Manuel Neuer. Also in Wahrheit ist es ja so, der gute Mann war sicher, der weltbeste Torhörter, da bin ich komplett bei dir. Aber die Frage ist doch auch, wie lange ist das her und wie oft war der verletzt? Ist er schon wieder verletzt? Also du hast ja im Grunde genommen eigentlich, also wenn die Karma-Palsche irgendwie in irgendeiner Form fair ist, dann wünsche ich Manuel Neuer alles Gute, keine Verletzungen, aber auch nicht, dass er im Tor steht. So sieht es mal aus. Er soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das, was wir da gesehen haben, doch wirklich endlich mal so das war, was wir, also andersrum, die Sehnsucht war immer von uns beiden auch, dass das, was internationale Mannschaften vielleicht in Spanien, in Frankreich und natürlich auch in der Premier League spielen, dass dieses Niveau irgendwann mal auch auf unserer Nationalmannschaft abfährt. Und das war das erste Spiel, gefühlt nach Jahrzehnten, wo ich genau dieses Gefühl hatte. Wie siehst du das? Ja, ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, wir haben ja mal hier immer mal wieder in Länderspielpausen die deutsche Mannschaft seziert und haben gesagt, dass wir eigentlich viel Niveau haben, aber vielleicht auf manchen Stellen auch nicht so viel, wie wir immer denken. Und es war das erste Mal seit ganz langer Zeit gegen eigentlich wahrscheinlich den nominellen EM-Top-Favoriten, der, das muss man aber auch sagen, jetzt schon eine beträchtliche Zeit schwächelt. Wenn wir auch an das Spiel von Rudi Völler zurückdenken, haben wir auch gegen die Franzosen da haben wir noch gesagt, boah, die waren lustlos. War eine BF, also. Ja, aber dieses Mal waren ja außer Grießmann eigentlich alle dabei, die man bei Frankreich erwarten kann. Und es war wieder keine gute Leistung von Frankreich. Und jetzt darf man sich die Frage stellen, hat diese Mannschaft ein Problem nach drei Finals in den letzten vier großen Turnieren? Ist die satt? Ist die drüber? Oder waren wir so gut? Also ich denke, dass wir so gut waren, aber ich denke auch, dass die Franzosen nicht an ihr Leistungsmaximum gekommen sind. Und was man jetzt aber mal festhalten darf, ist, dass Julian Nagelsmann viel riskiert hat. Er hat einen relativ radikalen Kurswechsel eingeschlagen. Und da muss man ihn jetzt auch einfach mal loben. Er hat die Spieler gefunden, die auf ihren Positionen am besten sind. Es war Spielfreude da. Er hat mit Toni Kroos come back, ist auch ein Risiko eingegangen, das voll aufgegangen ist. Also das war von A bis Z eine richtig gute Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie groß an irgendwie noch gucken, ob man was finden muss, wo man rummäkeln muss. Ich glaube, dass es jetzt darauf ankommt, diese Leistung zu bestätigen. Aber wenn du siehst, wie die Abwehr gestanden hat, wenn du siehst, wie klasse das Zusammenspiel von Antrich und Kroos funktioniert hat, wie sich ein Gündogan auch praktisch eingereiht hat ins Mittelfeld und lange nicht so auffällig wie Kroos war, aber seinen Part beigetragen hat. Wenn du siehst, wie wirts und muss sie alla Fußball spielen und Harvards, wo ich sage, gegen Gegner, wo du nicht das Spiel machen musst, für mich eine gute Besetzung als Mittelstürmer. Ich glaube, wenn du offensiv spielst, brauchst du vorne einen Füllkrug oder einen Undarf drin. Dann kann man nur sagen, Chapeau, Julian Nagelsmann. Das war auch vom Trainer eine richtig starke Leistung. Muss man neidlos anerkennen. Man muss aber auch sehen, dass Spieler auf ihrer Position gespielt haben und wenn es so stimmt, dass Julian Nagelsmann ein Positioning-Talk gemacht hat mit jedem einzelnen Spieler, dann wird das gut getan haben. Also guck dir Jo Kimmich an. Ist nicht der Schnellste, wird auch nie der Schnellste werden. Wusste auch, oder die Mannschaft wusste auch, dass du einen Mbappé sicher nicht alleine stoppen kannst. Da brauchst du ein Kollektiv. Das haben sie gemacht. Kimmich hat das aber auch wirklich richtig gut gemacht. Und Rüdiger tatsächlich auch dahin zu stellen, wo Nagels den Mann hin hingestellt hat. Wahnsinnig mutig und Harberts nach vorne zentral reinzustellen als Bittestimmer. Wahnsinnig gut gemacht. Insgesamt einfach unheimlich clever und ein Toni Kroos. Bei dem war ja augenscheinlich wirklich so der Fall, dass der nie weg war. Also krass, wie sich jemand wie er einfach einreihen kann und das Gefühl, naja, nach drei Jahren wieder zurückkommt, in eine komplett neue Mannschaft und sofort, aber sofort auf eine angenehme Art und Weise der Chef auf dem Platz ist. Das fand ich schon sehr stark und dann auch noch klasse, fand ich zumindest, Rob Andrich zur Seite gestellt bekommen, so quasi als Bodyguard. Das fand ich schon wahnsinnig stark. Ich habe gestern auf einer langen Fahrt den letzten Podcast gehört. Liebe Grüße an Felix, an Felix Groß, der unseren Podcast übrigens auch regelmäßig hört. Toller Podcast gewesen, tolle Ausgabe mit Toni Groß, Felix Groß und Robert Andrich. Und da waren sie schon bei der Nationalmannschaft alle und haben aufgenommen. Und dann erzählt Robert Andrich auch so ein bisschen, wie das damals so war mit Felix bei Union Berlin. Erzählt aber auch schon so ein bisschen, wer den Podcast gehört hätte, hätte gewusst, wie Nagelsmann zumindest mal diese beiden orchestrieren wird, nämlich Andrich wirklich so als Bodyguard von Groß. Auch eine Geschichte, die ich außergewöhnlich gut gelungen fand. Also es war insgesamt strategisch auch wahnsinnig gut. Wir haben oft gewitzelt und haben gesagt, naja, da sitzen sie dann irgendwie in der Bank mit Millionen iPads und haben darüber gewitzelt. Aber irgendwie muss es Sinn gemacht haben, dass Julian Nagelsmann eben seinen Stil gefunden hat und das ist durchaus erfolgreich und beeindruckend. Also ganz viel ist richtig von dir, aber klar ist ja auch, wenn du Toni Groß zurücknimmst und hast Gündogan, dann brauchst du halt einen echten Sechser. Das haben wir ja auch hier schon gesagt, da sind wir ja nicht alleine, das sagt ja jeder. Also auf dieser Position muss in diesem System Andrich oder Pascal Groß von Brighton spielen und so wird es auch sein. Also du kannst ohne defensive Absicherung nicht spielen und das ist ja auch das Problem ein bisschen gewesen von Kimmich und Goretzka im Zentrum. Goretzka übrigens der Riesenverlierer dieses Spiels. Ich glaube nicht, dass Goretzka es schafft, es sei denn, dass sich noch andere verletzen bis zur EM, in die Stammformation zurückzukehren und dann ist ja die Frage, das ist noch das Einzige, was ich ergänzen möchte, du hast eben gesagt, Julian Nagelsmann hat mit jedem über seine Position gesprochen, er hat ja auch mit jedem über seinen Stellenwert in der Mannschaft, über den Platz, in der Hierarchie gesprochen und da hat er ja unverblümt eigentlich gesagt, dass er Goretzka das nicht zutraut, als Ersatzspieler, als Rainer mitzufahren, was man nach Goretzkas Vergangenheit vielleicht doch ein Stück weit verstehen kann, aber das ist schon bitter, ich weiß auch im Moment gar nicht, wo man mit Leroy Sané hin muss oder soll, muss ich sagen, der hat überragende Fähigkeiten, aber ich finde oft so dieses aufreizend lässige und auch lass mal die anderen hinten arbeiten, das wird meiner Meinung nach nicht reichen, um die Stammformation zurückzukommen. Ja, erst mal zu Kimmich, ihm hat es sehr gut getan, finde ich, dass er jetzt ganz klar weiß, er muss auf rechts spielen, sonst spielt er gar nicht, also diese ständige, wie noch beim Länderspiel gegen Japan, ich fange als rechter Verteidiger an und bei jeder Offensivaktion renne ich doch wieder im zentralen Mittelfeld rum, das war ja Wahnsinn, hat der Platz da eng gemacht und hinten hat dann jemand gefehlt. Rüdiger würde ich noch nicht mal von der Position sagen, aber dem hat es sehr gut getan, dass Toni Groß als Bezugspunkt da ist, weil ich glaube, dass Toni Groß Rüdiger auch ab und zu mal einnordet, hinten längs Mittelstädt, ja, gab es dann große Lobeshymnen, ich finde, das war okay, er hatte aber am Anfang schon Probleme mit Dembélé, auch fast dieses Eigentor, aber auch da Nagelsmann Spruch, ich nominiere jetzt die, die im Moment am formstärksten sind, finde ich total richtig, früher hat ein Bundestrainer ja oft auch gesagt, ich möchte noch zehn Jahre diesen Job machen und darf den und den Spieler nicht verlieren, kommen wir vielleicht gleich auch noch dazu, zu einer möglichen Vertragsverlängerung, aber im Moment sieht es ja eigentlich eher so aus, als wenn nach der EM er wieder Vereinstrainer wird, also muss er auf nichts Rücksicht nehmen, finde ich total richtig, früher hat man gesagt, du musst erst mal zwei Jahre gut spielen, um zur Nationalmannschaft zu kommen, das können wir uns aber, glaube ich, nicht mehr leisten und dann zur Positionierung von Toni Groß, zu weit gehört natürlich auch, dass er auch bei zwei Turnieren 18 und 21 dabei war, die jetzt nicht so überragend gelaufen sind, aber wo du vollkommen recht hast, ist mit welcher beeindruckenden Selbstverständlichkeit, er in diese Chefrolle reingegangen ist, da braucht er auch gar keine Kapitänsbinde dafür und da siehst du meiner Meinung nach, wie eine Fußballmannschaft halt auch funktioniert, die, du siehst richtig, die freuen sich alle, mit Toni Groß zusammen zu spielen, wie die auch nachher ihn gelobt haben, was das für ein Fußballer ist, da hast du gemerkt, das waren ja fast kleine Fanboys, dieses überragenden Spielers, der fünfmal die Champions League gewonnen hat und Weltmeister war, da müssen wir über Qualität überhaupt nicht drüber reden, wir hatten ja nur die Frage aufgeworfen, passt das in diese Mannschaft rein, wo vielleicht viele Mitspieler gar nicht dieses Selbstvertrauen wie bei Real Madrid haben, sie hatten es am Wochenende und er war der Taktgeber und was man ja auch sagen muss, man hat ihm ja früher, hätte ich früher auch nicht unbedingt so gesehen, diese Defensivstärke, also wie er die Wege zurückgemacht hat, wie er die Grätschen gewonnen hat, da ist er nochmal kompletter geworden, also diese Rückkehraktion von Julian Nagelsmann und Toni Kroos ist vollkommen aufgegangen und er hat gefühlt keine zehn Minuten gebraucht, um zu zeigen, wer der Taktgeber auf dem Platz ist. Und das fand ich interessant, die einzige Schwachstelle, die ich so gesehen habe, war tatsächlich Gindogan, hat ein paar Bälle verloren, die darfst du nicht verlieren und war vielleicht auch eine ungewohnte Rolle für ihn, aber das war so jemand, wo ich dachte so, bei City spielt er nach wie vor finde ich eine andere und eine bessere Rolle. Oftmals unser Text gewesen hier am Podcast und hat sich da auch wieder bestätigt, also es ist Jammern auf hohem Niveau, wir wollen jetzt irgendwie nicht alles hier kaputt drehen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, man muss auch so ein bisschen, obwohl ein bisschen Zeit vergangen ist und wo wir das Spiel gegen die Niederlande vor der Brust haben, morgen auch mal so ein bisschen den Höhenflug auch wieder einsortieren. Bei Gündogan bin ich mir nicht so sicher, er ist in der Mannschaft, ganz klar, er ist der Kapitän, auch irgendwie alles verstanden, habe ich aber nicht so stark gesehen. Mittelstadt fremdelt auch noch, finde ich, mit der Nationalmannschaft. Gutes Spiel gemacht, aber was man toll gesehen hat und das ist, glaube ich, der maximale Unterschied zu den Spielen davor, auch unter Nagelsmann, ist die Energie, dass jeder wirklich für jeden kämpft. Also die Aktion von Rüdiger als Mittelstädter fast dem Ball als eigenes Tor einnetzt, das war schon wirklich wahnsinnig gut und insgesamt hast du auch in den 20 Minuten, nach 20 Minuten als die Franzosen kam, hast du nie das Gefühl gehabt, also ich jedenfalls nicht, dass da irgendwas anbrennt. Also hätte man schon vorstellen können, dass die Franzosen noch ein Tor schießen, irgendwie, weil dafür ist einfach Mbappé da und den stoppst du einfach nicht über ein ganzes Spiel hinweg. Wobei man auch sagen muss, wenn wir jetzt schon von Energie sprechen und von den positiven Faktoren niemals im Leben hätte ich gedacht, dass Dembélé der Art der Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich der Superstar ist, rein spielerisch bei den Franzosen. Unfassbare Spieler. Unfassbar. Naja gut, aber das ist mir jetzt deutlich zu viel. Also dass Dembélé wahnsinnige Anlagen hat, das siehst du ja daran, wie viel Geld Barcelona bezahlt hat und das hast du ja auch, das hast du ja teilweise auch zuvor schon gesehen. Der bringt aber, frag mal nach, bei seinen vorherigen Stationen teilweise die ganze Mannschaft durcheinander und Dembélé ist für mich lange nicht der Dreh- und Angelpunkt. Er war in diesem Spiel, da bin ich bei dir, der auffälligste Offensivspieler, weil Mbappé, glaube ich, auch so ein bisschen mit der Rolle überfordert war, einerseits der Torjäger und Weltklasse-Stürmer zu sein, den wir kennen, aber gleichzeitig auch der Kapitän zu sein. Ich glaube übrigens, dass es Mbappé nicht gut tut, die Kapitänsbinde zu tragen. Es gab ja diese durchaus unverhohlen ausgetragene Ambitionen, auch von Grießmann Kapitän zu sein. Ich finde, du hast in dem Spiel gesehen, wie sehr Grießmann Frankreich fehlt, der ja als Stürmer früher begonnen hat, der für mich auch bei der WM im zentralen Mittelfeld eigentlich der auffälligste Spieler des ganzen Turniers war. Also den brauchen sie für die Statik. Mittelstädt hast du, du hast jetzt gesagt, er hat ein bisschen gefremdet, hat aber eigentlich gut gespielt. Also fremdeln würde ich das nicht nennen. Er hat ein Debüt gemacht gegen Dembélé und hatte seine Probleme, wie auch bei diesem vermeintlichen Eigentor. Aber ich finde schon, dass man klar sagen kann, dass er gegen diesen starken Gegner ein völlig okayes Debüt geliefert hat. Und du hattest noch über Gündogan gesprochen. Ja, genau. Ich würde Gündogan jetzt nicht direkt nach diesem einen Spiel in eine gewisse Frage stellen, denn ich glaube, die Akzeptanz zwischen Gündogan und Kroos ist gegenseitig so gut und so groß, dass sie, so groß, dass das auch Früchte tragen wird für die Mannschaft. Und ich glaube, mit der Mannschaft, denn jetzt keine Verletzungen da sind, es sei denn auf der Mittelstürmerposition, glaube ich, wird jetzt Julian Nagelsmann noch in die nächsten Spiele gehen, weil es jetzt schon noch wichtig ist, dass dann Automatismen dazukommen. Mhm, okay. Wir haben bis letztendlich mal davon gesprochen, könnte es wirklich mittlerweile dann auch oder auch für die Zukunft eine Taktik sein, dass man gar nicht so sehr auf gesetzte Positionen schaut, sondern dass man immer wieder entscheidet als Julian Nagelsmann und Team. Wer sind aktuell die besten Spieler in der Bundesliga und wie kann ich die einsetzen? So wie das in der Tat, wir wollen ja nicht immer von früher reden, also nicht irgendwie die Opas reden vom Krieg, sondern das war vorher schon auch der Fall in den 80er Jahren. Unter Jupp Derbal, kann ich mich erinnern, war das streckenweise immer wieder der Fall, dass es diese Picks gab, wo ganz klar geguckt wurde, wer ist im Moment aktuell, wer hilft uns weiter? Und dann muss der Rest irgendwie auch funktionieren während des Trainingslagers, während der Vorbereitung und so weiter. Ist das Teil des Konzepts die Nagelsmann-Fragezeichen? Ja, ganz klar. Also da kann man Horst Rubech auch zitieren, der gesagt hat, eine Nationalmannschaft muss nicht aus den besten elf Spielern eines Landes bestehen, sondern aus den elf Besten, die zusammenspielen. Und vor allen Dingen, also positionsgetreu und das, was er ja ganz klein in den Vordergrund gehoben hat, ihm kommt es darauf an, wer ist denn im Moment in Form? Wer kommt mit Lust dahin? Wer kann der Mannschaft was bringen? Deshalb war ja auch mit Füllkrug nur ein Dortmunder dabei. Aber ich glaube, gleich vier Leute von Stuttgart und auch Leverkusener spielen mit Tarn und Antrich eine gewisse Rolle. Und ja, das ist ja immer so eine Glaubensfrage früher gewesen. Es gab ja Zeiten, noch früh in den 70er Jahren unter Franz Beckenmauer als Spieler, da hieß es, wenn du zwei Jahre auf konstant hohem Niveau spielst, dann darfst du vielleicht mal Hoffnung machen, dass du Post vom DFB im Briefkasten hast. Ich denke, dass das, was wir im Moment sehen, eigentlich die sinnführendere Variante ist. Denn was nützt es mir, wenn ich jetzt einen mitnehme, als Linksverteidiger, um den vielleicht aufzubauen und zu sagen, der könnte in vier Jahren bei der nächsten EM perspektivisch unser Linksverteidiger sein. Dafür haben wir auch zu viele schlechte Turniere gespielt, als dass wir uns das bei einer Heimeuropameisterschaft erlauben könnten. Es geht jetzt schon auch darum, also wenn du jetzt nochmal in der Vorrunde oder im Achtelfinale ausscheiden würdest, ich glaube, dann haben wir ein ganz anderes Problem mit der deutschen nationalen Mannschaft. Also deshalb finde ich diesen Weg von Julian Nagelsmann total nachvollziehbar. Er hat ja nun, wir hatten am Anfang gedacht, okay, du hast eigentlich wenig zu verlieren. Die Nationalmannschaft ist so am Boden, dass selbst ein Viertelfinaleinzug schon gefeiert würde. Aber nach diesen beiden Pleiten gegen die Türkei und Österreich, die erscheinen einem ja jetzt schon Jahre her, war ja auch so ein bisschen seine Reputation angeknackst. Und das Spiel war halt auch ein Trainersieg, das muss man sagen. Und Nagelsmann, der ja noch nie unter mangelndem Selbstvertrauen gelitten hat, mit einer Mannschaft, die jetzt eine Achse hat, mit Rüdiger und mit Groß, dann wird es, Manuel Neuer wird es bei Nagelsmann sein. Und dazu Spieler wie Wirtz und Musiala, wo du ja das Herz aufgehst, wenn du siehst, wie die Fußball spielen, dann muss man sagen, ist das eine Mannschaft, die sicherlich jetzt nicht der Top-Favorit ist, aber als Heimmannschaft, was ja immer ein enormer Vorteil ist, auf jeden Fall in der Rolle eines Geheim- oder Mitfavoriten auf jeden Fall auflaufen kann. Chris Kramer hat gesagt, und da weiß ich nicht, ob es zu sehr Fraßenschwein ist oder ob wirklich was dran ist. Ich bin noch unentschieden, um ja nicht zu sein. Aber er hat gesagt, augenscheinlich ist es so, dass die deutsche Mannschaft gerade gegen diese riesen Brocken, wie jetzt zum Beispiel Frankreich, immer deutlich besser spielt als gegen unbequeme Gegner Ferauer Inseln oder vergleichbares. Ist da was dran oder ist es doch zu viel Fußball-Flock-Kloro? Ja, also erstens mal muss man ja sagen, dass ich finde, dass Christoph Kramer das wirklich beeindruckend schafft, diesen Spagat. Er ist immer noch Spieler, also er spielt glaube ich gegen diese Spiele und dann auf der anderen Seite als Experte und er war aber gefühlt vor zehn Jahren noch Weltmeister, also nicht gefühlt, sondern er war vor zehn Jahren Weltmeister, er ist aber fast noch dran. Also das macht er, finde ich, schon exzellent. Kann man auch mal definitiv ein großes Kompliment dafür machen. Auch in Kombo übrigens hier mit Per Mertesacker. Per Mertesacker, ja. Ja, und auch Jochen Breyer, also das kann man dann auch nennen. Das ist schon stark, was die drei machen. Ich finde, dass diese Aussage, nee, ich finde sie keine Folklore. Ich finde, dass sie passt, weil wir nicht mehr das Selbstverständnis haben nach den letzten Jahren, dass wir jeden Gegner beherrschen und schlagen, also so jemanden aus der Kategorie Österreich gegen die Türkei, die eigentlich ja fast zu uns aufgeschlossen haben, sondern dass wir uns vielleicht an so einem großen Namen eher aufrichten können und es uns gut tut, wenn wir das Spiel nicht machen müssen. Wobei, wenn du auf dem Platz Großmusiala und Wirz hast, dann kannst du auch ein Spiel machen. Das ist auch klar. Also da ist schon viel spielerische Qualität. Ich glaube, dass es tatsächlich eher so das Problem war, wer spielt wo? Und erinnere dich an die WM in Katar. Da beginnen Kimmich und Gündogan im zentralen Mittelfeld. Flick nimmt beim 1-0 gegen Japan Gündogan raus, um Goretzka Spielzeit zu ermöglichen. Es ist ein Bruch im Spiel und wir verlieren das Spiel noch. Also jetzt weiß jeder, wo er zu spielen hat und jeder kann sich aber nicht zu sicher sein, weil wenn du jetzt bis zur EM Scheiße spielst, bist du raus, weil er auch auf die aktuelle Form achtet. Also ich würde schon sagen, dass da was dran ist, aber jetzt auf die EM zu übertragen, gegen die Schotten, gegen Ungarn und gegen die Schweiz, das sind ja alles Gegner, so ich würde sagen Ungarn und Schweiz zwischen gehobener Mittelklasse und internationaler Klasse und die Schotten habe ich am Freitagabend live vor Ort in Amsterdam gesehen. Das hört sich jetzt total lächerlich an nach einer 0-4-Niederlage. Also eine schottische Nationalmannschaft, habe ich noch nie so gut Fußballspielen gesehen, die am Freitagabend. Die hatten 400-prozentige Bretter, da muss auch einer von drin sein, also mit Robertson, mit McTominay, richtig gut, richtig mutig gespielt, haben die Tore nicht gemacht, gut, da musste jetzt am Abschluss dann feilen. Trotzdem würde ich sagen, dass in dieser Gruppe es eigentlich fast mit so einem Auftritt wie gegen Frankreich und zu Hause Pflicht ist, Gruppenerster zu werden. Dann spielst du gegen den, glaube ich, den Zweiten der Gruppe, C, das ist die England-Dänemark-Serbien-Slowenien-Gruppe. Guten Tag. Ja, gut, wenn du gegen deine Dänen spielst, aber du wirst im Achtelfinale kaum noch eine Mannschaft drin haben, wo du sagst, da gehst du jetzt einfach so drüber. Auf der anderen Seite, wenn du Zweiter wirst, spielst du gegen den Zweiten der Gruppe B und das ist die Gruppe mit Italien, Spanien, Kroatien. Das dürfte wahrscheinlich dann nochmal eine Spur unangenehmer sein. Bleibt Julian Nagelsmann als Bundestrainer erhalten? Wird er seinen Vertrag vorzeitig verlängern oder wird er es nicht tun? Was sagt Thomas Wagner, der Geysir mit der Glaskristallkugel aus der Vulkanheifel? Ich hätte bis vor einer Woche gesagt, auf gar keinen Fall macht er weiter, weil mir seine Ambitionen, er ist ja auch noch sehr, sehr jung und ich glaube, das ist schon noch was anderes, wenn du täglich auf dem Trainingsplatz stehst. Wenn man jetzt so die ganze Folklore so ein bisschen auch um die Woche gehört hat, der hat ja dann gesagt, ja, müsste man sich mal anhören, da müsste man auch aufs Angebot drauf schauen. Da hat er eigentlich so ein bisschen den ersten Zug gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das eher so ein bisschen flapsig war. Jetzt hat der DFB reagiert und hat gesagt, sie möchten unbedingt mit ihm verlängern, auch schon vor dem Turnier, aber man hat wenigstens aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Es soll wohl an ein gewisses Ziel geknüpft sein. Also zum Beispiel, du kommst ins Halbfinale, dann verlängert sich dein Vertrag bis zur nächsten WM. Das halte ich grundsätzlich für eine interessante Klausel, weil wenn ein deutscher Nationaltrainer nicht ins Halbfinale kommt, musst du immer darüber nachdenken, ob das noch Sinn macht. Und wie man ja hört, wird Rudi Völler verlängern, wohl seinen Vertrag, auch bis zur WM, 226. Und die beiden harmonieren halt exzellent zusammen. Das könnte ein Grund sein, deshalb, wenn du mich nach einer Prognose fragst, ich glaube immer noch eher, dass er wieder als Vereinstrainer arbeitet, kann mir aber jetzt durchaus auch vorstellen, wenn wir eine super Europameisterschaft spielen, dass er Bock hat, dann auch irgendwie Weltmeister zu werden oder zumindest da relativ weit zu kommen. Also ich hätte vor einer Woche gesagt, 10 Prozent, jetzt sage ich 30. Ich bin bei 60. Bei 60? 60. Warum 60? Er hat mir dreimal zu sehr seinem Berater gesagt und seinem Berater, der da auch nochmal gefragt werden muss und seinem Berater, der da auch in Gesprächen und babababa. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir wissen, wer wer sein Berater ist, dass das schon auch in den Verhandlungen mit dem DFB eine wichtige Rolle sein wird. Und ich glaube auch, dass Julian Nagelsmann daran Gefallen gefunden hat. Er hat gesagt, es geht ihm nicht ums Geld. Das fand ich sehr sympathisch. Das glaube ich ihm in der Tat auch in dem Fall. Ich glaube, er fühlt sich geehrt. Er ist ein Jahr junger als Manuel Neuer, muss man sich mal reinziehen. Jetzt schon auf dieser Position sein zu dürfen, das macht was mit dem. Das ist nicht einfach nur ein Trainerjob und das ist nicht, mach, mache ich jetzt mal als Brücke, damit ich dann im Sommer nach Liverpool gehe, sondern es ist weitaus mehr. Und das spürt man, finde ich, auch in den Interviews. Also er ist da irgendwo angekommen, hat er selber nicht mit gerechnet, dass ihm das auch gut tut und dass er da bauen kann. Und ich glaube, jetzt kommt der kleistische Moment. Ich glaube, wenn er bauen kann und wenn er da was entwickeln kann, die Freiheiten wird ihm Rudi Völler lassen. Bernd Neuendorf nehme ich den mal komplett raus. Können wir gleich noch mal was zu sagen. Ganz egal, ob Nike oder Adidas, Julian Nagelsmann wird zu 60 Prozent bleiben. Ja gut, also wenn er jetzt dreimal oder viermal das Wort Berater genannt hat, Volker Strud ist ja sein Berater, der wird schon wissen, wie er zu verhandeln hat. Der verhandelt jede Woche mit den Mächtigen der Fußballwelt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt nicht das Finanzielle in den Mittelpunkt rückt. das muss aber auch gar nicht. Also er hat schon so viel Geld sicherlich verdient und wird auch in Zukunft so gutes Geld verdienen, dass da keiner sich Sorgen machen muss, dass es morgens für die Butterbrezen noch reicht irgendwie. Die Frage ist, wie du dich selber persönlich weiterentwickeln willst. Ich glaube, dass Trainer in dem Alter sehr oft auch eine Mannschaft bauen wollen. Aber klar, wenn du jetzt Erfolg hast bei der EM und ein bisschen die Euphorie mit rübernehmen kannst, dann zu sagen, ich mache so einen Zyklus, der eine EM und eine WM umfasst, würde ich nicht ausschließen. Aber wenn du mich gefragt hast, glaube ich immer noch eher nicht. Aber würde es auch, also Allensbach hat ermittelt oder Infratest, die MAP deutlich mehr, als es noch vor einer Woche gewesen ist. So und jetzt, jetzt darfst du, jetzt darfst du das Fass aufmachen. Nein, ich mache gar keinen Fass auf. Ich habe nur das Interview gesehen, Bernd Neuendorf im Gespräch mit, ich war irgendwo im ZDF, ist er gefragt worden. Claudia Neumann, glaube ich. Claudia Neumann. Darf ich übrigens mal ganz kurz, nur bevor du jetzt eins sagst, ich bin alles andere als Fan von Bernd Neuendorf. Aber in dem Interview habe ich gedacht, okay, also der hat sich aber nicht in die Büßerrolle, sondern hat einfach das erklärt. Also ich fand, das war eines seiner besten Interviews, was ich gesehen habe. Es war deshalb ein gutes Interview, ich weiß, was du meinst, weil er ganz klar gesagt hat, dass ihn sehr irritiert, dass der ein oder andere Politiker und ausgerechnet Wirtschaftsminister Robert Habeck ihn so angezählt hätte. Damit hat er nicht gerechnet. Das wiederum zeigt aber auch die Blauäugigkeit dieses DFB-Präsidenten. Und vielleicht von vornherein, es ist total in Ordnung, dass wenn ein Verband so pleite ist wie der DFB, da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum ist der weltgrößte Sportverband immer am Rand der Insolvenz in den letzten Jahren gewesen und letztes Jahr im Jahr 23 mit 34 Millionen, liebe Freunde, des gepflegten Fußballs da draußen in der Kreide abgeschlossen. Brutal. Das ist eigentlich nicht zu entschuldigen. Und da muss man sich mal überlegen, warum ist das eigentlich so? Aber wenn du mit 100, 120, 150 Millionen von Nike dieses Loch wieder stoffen kannst, dann ist das erstmal wirtschaftlich ja überhaupt nicht in Abrede zu stellen. Wenn du aber mit der hübschen Braut in rosa Trikots tanzt und zeitgleich diese Braut mit einer Affäre betrügst, wie du das auch regelmäßig machst, wenn du nach München fährst, mein lieber Freund, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann muss man auch akzeptieren, wenn dann die Scheidung, bevor die Hochzeit passiert ist, eingereicht wird. Also, bildlich gesprochen, ich finde es Wahnsinn, wie ein DFB, wo er gerade noch Adidas Trikot feiert und alles Mögliche feiert, dann plötzlich einem so langen Partner komplett in den Sack tritt. Das muss man erstmal machen. Und nur darum geht es. Nur darum geht es. Das kannst du so nicht bringen. Ich finde, es ist auch, dieses ganze Ausschreibungsgelaber, also zufälligerweise hat man also ganz schnell mit Nike unterschrieben, also was denn nun? Gab es ein Ausschreibeverfahren? Welche Absprachen gab es vorher? Das würde mich schon mal interessieren. Also, welcher Journalist bohrt da gerade im Hintergrund? Ich möchte jetzt als Fußballfan wirklich wissen, wie ist dieser Deal zustande gekommen? Und solange das nicht klar ist, glaube ich, während Neuendorf nichts mehr. So ist das nochmal. Also, da sind, finde ich, ganz viele Punkte und ich bin da in vielen Dingen, also ich finde, man kann nicht jetzt direkt sagen, boah, der DFB ist, das ist total schlimm und oh, armes Adidas und Nike sind die Schlimmen aus Amerika. Also, wir müssen erstmal festhalten, das, was viele in der ersten Erregung gesagt haben, wir verkaufen jetzt alles, wir sind in diesen Adidas Trikots viermal Weltmeister geworden, das stimmt nicht. Wir haben 54, sind wir in einer Art, ich habe den Namen schon wieder vergessen, es war ein anderer Ausrüster, 74 Erima. Wir haben teilweise, Lothar Matthäus, der hat seine Puma-Schuhe irgendwie abgeklebt und sowas, also es haben noch nicht mal alle Nationalspieler in Adidas Schuhen gespielt. Also das muss man auch erst, hm? Es geht ja um die Klamotten. Ja, Klamotten, aber da war es genau zwei Weltmeisterschaften, 90 und 2014. Also 54 und 74 haben wir in anderen Trikots gespielt, hatte gar nichts mit Adidas zu tun. So, zum zweiten Mal ist natürlich Adidas ein starkes Stück deutscher Tradition und auch die Verbindung zur Nationalmannschaft, wo ich ein großer Freund von bin. Jetzt zu deiner Frage, wie ist das mit der Ausschreibung? Also ich kenne das so bei Ausschreibungen grundsätzlich, wenn der, der bisher der Rechteinhaber war oder der, der die Marke hatte, wenn der um mehr als 20 Prozent überboten wird, dann gibt es gar keine Möglichkeit mehr ihn ins Boot zu holen. Wird er bis zu 20 Prozent überboten, dann gibt es bei diesem Bieter-Verfahren immer noch mal das Recht, dem Alten in dem Moment Adidas zu sagen, eh, das Angebot eurer Konkurrenz liegt 20 Prozent über eurem, wollt ihr noch mal nachlegen? Wenn es wirklich so ist, dass Nike fast 120 Millionen bezahlt pro Jahr und Adidas nur 50 Millionen, dann darf man schon mal fragen, a, ob es nicht fahrlässig wäre, diesen Vertrag nicht zu unterschreiben und b, weiß ich gar nicht, ob es bei so einem Bieter-Verfahren, ob mit Compliance überhaupt dann auch möglich wäre, Adidas zu sagen, wollt ihr noch mal das Doppelte drauflegen? Dann habe ich gehört, da Nike ja börsennotiert ist, ich weiß gar nicht, wie es bei Adidas gerade ist, dann musst du es relativ schnell auch bekannt geben, damit es im Hintergrund keine Spekulationen geben kann, weil die Nike-Aktie ja dann ja nach oben gehen würde. Das ist das Erste. Das Zweite, und da bin ich vollkommen bei dir, wie ein Verband, wie der DFB, so pleite sein kann, das ist wirklich der absolute Wahnsinn und zeigt auch, wie schlecht da gearbeitet wurde in der Vergangenheit. Diese völlig überflüssige Vertragsverlängerung von Jogi Löw damals, die Vertragsverlängerung nach der WM mit Hansi Flick noch mal, der mit über 6 Millionen der bestbezahlteste Nationaltrainer der Welt ist und immer noch bezahlt wird, das ist kompletter Irrsinn. Ein Verband soll ja kein Geld verdienen für sich selbst, sondern der soll ja gemeinnützig für seine Mitglieder sein. Und ich weiß nicht, ob das Geld unten bis in die Verbands- oder Landesliga oder in die Kreisliga B ankommt. Also da müssen sich die handelnden Personen, vor allen Dingen Bernd Neuendorf, auch mal fragen, was da mit dem Geld passiert ist. Dass jetzt Politiker versuchen, da auf den populären Zug aufzuspringen, das finde ich eher ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Also deshalb fand ich auch, dass Neuendorf da mal nach langer Zeit das erste Mal eine gute Figur abgegeben hat. Was ich irritierend finde, ist das Statement von Adidas, dass die sagen, wir fühlen uns überfahren. Und da die Frage an dich, weil da kennst du dich glaube ich besser aus, wenn du diese Compliance-Regel hast, dass du bei einem Angebot, wenn du den Zuschlag gibst, es dann direkt auch rausgeben musst, wie hätte man besser mit Adidas kommuniziert? Weil ich empfinde es auch so, wenn du so lange Partner warst wie Adidas, dann hast du eine andere Art der Trennung verdient, als es jetzt da war. Ich weiß aber wie gesagt nicht, ob es rechtlich möglich ist, ob man nicht im Hintergrund da hätte sagen können, Jungs, ganz ehrlich, also wir haben da was vorliegen, ohne jetzt hier Zahlen zu machen. Ihr müsst da schon nochmal drauf satteln. Wenn es da überhaupt keine Gespräche gegeben hat, dann fände ich es auch zumindest sehr irritierend. Also man müsste dazu jetzt wirklich in die Compliance-Regel reingucken, um das valide sagen zu können. Fakt ist aber, und das wissen wir beide, ich glaube so viel kann man wirklich sagen, ist, dass Vereine immer untereinander sprechen, dass auch viel gesprochen wird und dass auch viel im Hintergrund gesprochen wird mit Politik, mit Wirtschaft und so weiter und so fort. Und das ist auch gut, das ist gar nicht aller Ehren, also das ist wirklich auch gar nichts Anrüchiges oder so, sondern da werden auch keine Deals gemacht, sondern man spricht sich ab und es ist natürlich auch so, dass Gespräche im Hintergrund geführt werden, auch mit Medien, und das weißt du, wo man sich gegenseitig informiert und wo man aber auch sagt, so lass mal gucken, ob wir das jetzt kommunizieren oder ob wir das später kommunizieren, einfach deshalb, weil einfach auch Faktenlagen ganz oftmals falsch dargestellt werden, weil immer nur Halbwissen da ist und das auch leider immer mal wieder auf Seiten der Medien. So, das ist erstmal in Ordnung, finde ich, weil auch wir beide sprechen, haben ja auch teilweise Chats, wenn die über die Bildzeitung das im Giftschrank hätte, das wäre ganz schlimm, aber so wie jeder Mensch einfach miteinander auch kommuniziert und wenn man eine lange Beziehung führt und auch das kennen wir beide, dann redet man einfach auch mal untereinander und das ist in Ordnung. Und ich glaube, das ist jetzt der sprengende Punkt, das hättest du machen müssen. Danke fürs Einordnen, dass das nicht stimmt, dass 77 Jahre Adidas eine Ehe war, die sonst nicht möglich ist, überhaupt in der Wirtschaft oder Kunden, Sponsorenbeziehungen wie auch eine oder Vereinssponsorenbeziehungen wird es nicht mehr geben, aber wenn es eben so nicht war, scheißegal, da gibt es ja einen emotionalen Punkt und in vielen Umfragen war es eben so, dass viele Fans gesagt haben, dass sie das stört und dass es ausgerechnet auch Nike ist. Jetzt kann man auch sagen, jeder Brand hat heute irgendwo auch eine Leiche im Keller und irgendwie ist das medial auch gespielt worden. Nike hat sein Image und da kann man jetzt sagen, gerechtfertigt oder nicht, aber irgendwie ist es so, dass in fast jeder Umfrage das kritisch gesehen wird und dann musst du dagegen halten und dann musst du auch einen Weg mit Adidas finden und dann musst du, finde ich, auch wenn du gerade nochmal das rosa Trikot feierst und wie toll wir alle sind und wir gehen gestärkt in die EM gemeinsam zusammen und du kommst dann, exakt zwei Tage später, mit so einer Botschaft um die Ecke, dann geht das so nicht, dann funktioniert das so einfach nicht und das ist, eine Schwäche des DFB ist immer schon die Kommunikation gewesen und ich weiß nicht, was Steffen Simon da macht als Kommunikationsboss beim DFB, der war beim WDR Sportchef, der kennt vieles und lieber Steffen Simon, wenn du das jetzt hörst, einfach gerne mal anrufen, lass uns gerne mal sprechen, das, was da passiert in Sachen Kommunikation ist ein Desaster beim DFB und schon ganz lange und vielleicht ist es auch so, dass man, dass nicht jeder, also nicht jeder ehemalige Spieler kann Fußballmanager sein und nicht jeder ehemalige Journalist kann PRler und Pressesprecher sein, liebe Leute, merkt euch das einfach mal, weil es verschiedene Berufe sind und ich kotze im Strahl, dass ein so großer Verband kommunikativ so eine Null ist, das passt auch nicht mehr ins Zeitbild, das passt auch nicht mehr spätestens zu einer Mannschaft, die gegen Frankreich höchst professionell gespielt hat, da müsst ihr euch einfach dringend, dringend professionalisieren, Punkt. Ja, aber da bin ich jetzt dieses Mal nicht ganz Team Gleis, muss ich sagen. Dann bin ich jetzt gespannt. Ja, ich finde, dass man vieles kritisieren kann und ich verstehe das ja auch, ich bin ja auch ein Fußballromantiker und natürlich hat Adi Dassler, der Urgründer von Adidas in Herzogenaurach, sein Bruder hat ja Puma gegründet, hat damals 1954 die Stollen, die Vorläufer von Stollen oder die ersten Stollen montiert unter die Schuhe und wir haben deshalb die Ungarn geschlagen, weil wir auf diesem Geläuft besser zurecht kamen. Das ist alles richtig und deshalb verstehe ich auch diese starke emotionale Bindung, die jeder vielleicht an Adidas hat. Trotzdem kann es ja auch nicht dazu führen, nochmal, wir waren ja beide bei den Verhandlungen nicht dabei, dass Adidas dann sagt, okay, wir waren immer schon der Ausrüster, dann zahlen wir jetzt hier einfach 50 Millionen, die vielleicht gar nicht mehr angemessen sind. Auch das werden andere bewerten müssen. Ich finde nur, dass man jetzt vielleicht sagt, okay, das ist eine einzelne Person oder nur einer oder zwei Leute auf der Pressestelle, die da öffentlich schlecht kommunizieren. Es sind schon oft auch die Präsidenten, die sich auch ein bisschen verselbstständigen und andere Leute, auch wie Oliver Bierhoff, der relativ unnahbar war. Da kannst du den besten PR-Manager dahinter stellen, wenn die dann irgendwas erzählen. Wer hat Neuendorf getränkt, direkt nach der WM mit Hansi Flick den Vertrag zu verlängern? Ich glaube nicht, dass das irgendjemand von der Pressestelle gewesen ist. Also da sind schon auch ganz viele Dinge auf Funktionärsebene falsch gelaufen. Wenn ich mich daran erinnere, Reinhard Grindel, der trat damals an, ich bin der Vertreter der Amateure, der hat nachher gestellster gesprochen als jeder andere, der jemals in diesem Amt gewesen sind. Das waren dann eben doch oft auch nicht diese Politmanager, wie es in Gerhard Mayer-Vorfelder war, an dem man auch viel kritisieren kann, der aber das Funktionärs-1x1, glaube ich, deutlich besser beherrscht hat. Das ist das eine noch dazu. Und das Letzte, und da bin ich dann aber bei dir, und das verstehe ich nicht, man stellt ja nicht nur das Trikot, dieses für mich abgrundtief hässliche Trikot zusammen vor, sondern man wohnt ja jetzt während der EM auch noch bei Adidas in Herzogenaurach. Und das finde ich dann wirklich schon Wahnsinn. Das ist genau wie du sagst, du bist dann irgendwie seit 30 Jahren verheiratet, hast gerade die silberne Hochzeit geschafft und sagst, wir fahren jetzt auch noch mal zusammen in Urlaub, aber hinten steht die knackige junge Hostess. Da werde ich mich dann ab nächstem Jahr mit vergnügen. Das finde ich dann schon ein bisschen schwieriger. Und aber dafür finde ich auch, und das hast du gerade eben eindrucksvoll auch gesagt, wie es dann in der Wirtschaft geht, dafür müssen die Bosse auch miteinander reden. Und wenn Adi das wirklich sagt, wir wurden davon überfahren, dann glaube ich auch nicht, dass das irgendjemand mit einer Presseaufgabe bei einem Verband besser macht, sondern das müssen die Bosse dann selber regeln. Und da bin ich bei dir, sind wir seit Jahren eigentlich nicht gut besetzt. Ich bin mal gespannt, welchen Stempel den Andreas Rettig da jetzt aufdrücken kann, der ja in der Vergangenheit viel kritisiert hat, auch in Sachen Transparenz. Ja, also noch mal, wenn es 120 zu 50 sind, dann bestätige ich Bernd Neuendorf fast, der sagt, wir haben fast gar keine andere Chance gehabt. Aber man hätte es trotzdem anders mit dem lange verdienten Partner regeln müssen. Naja, was heißt Chance gehabt? Also du hättest ja im Grunde genommen schon, also wenn wir bei, vielleicht diesen einen Satz noch dazu, wenn wir uns zumindest da einig sind, dass man in der Wirtschaft auch miteinander redet oder dass Bosse miteinander reden, dann hättest du natürlich sagen können, man muss ja keine Summen nennen, aber sagst dann irgendwie so, liebe Adidas-Freunde, ganz ehrlich, das ist weit, weit, weit entfernt. Also wenn wir weiter miteinander gehen wollen, so wie man das früher mal gesagt hat, dann könnt ihr jetzt ankreuzen, ja und nein. Und wenn ihr ja ankreuzen wollt, dann müsst ihr halt einfach noch mal richtig was drauflegen. Also richtig, nicht nur noch mal zehn oder so, sondern richtig. Also das kann man schon machen, finde ich. Ja, nochmal, da müssen wir uns beide noch mal in die Compliance-Regel noch einmachen. Darfst du, aber ich bin, also ich würde es auch so sagen, wenn ich jemanden habe, wie mit dir, und mache mit dir jetzt im vierten Jahr den Podcast. Und du würdest sagen, pass auf Thomas, ich nehme mir deine Stimme, bevor du nach München fährst und gebe dir pro Podcast-Folge, so ist es ja bei uns beiden, wir können das jetzt mal sagen, siebeneinhalbtausend Euro da rein. Und dann hätte ich aber jemanden, der mich abwerben wollen würde und der gibt mir 20.000 pro Folge. Dann müsste ich ja zumindest sagen, obwohl wir beide natürlich Aktien notiert sind, dann müsste ich dir vielleicht mal sagen, lieber Mike, in deinem Sommerhaus in Dänemark, du musst dich wahrscheinlich ein bisschen zur Decke strecken, sonst ist der Veggie weg. Das, glaube ich, kann man das schon, dass man das schon sagen kann, ohne jetzt direkt die Zahlen auf den Tisch zu legen. Übrigens, Spoiler aus, das stimmt alles nicht, wir kriegen noch mehr. Aber es ist schon irritierend, dass du mit einem langfristigen Partner nicht anders im Vorfeld reden kannst, obwohl ich große Zweifel habe, dass Adidas diese Summe jetzt aufgebracht hätte. Aber ich glaube, wenn du zum Beispiel, wenn es 120 zu 50 sind und dann sagt einer, komm, ich lege nochmal was drauf und es sind nachher 80 zu 120, dann ist der Unterschied nicht mehr so groß. Ja, aber du hättest doch, also was doch verletzend ist, das wirst du doch zugeben, wenn du jetzt sagen würdest, pass mal auf, mein Lieber, wir sind jetzt reißig, wir machen vier Jahre den Podcast. Da ist aber eine sehr hübsche amerikanische Reporterin im Hintergrund, die würde auch noch 150.000 mitbringen in die Ehe. Nimm mal dein Sparbuch, ich weiß, dass da noch was drauf liegt und leg mal den Diamantring, den ich dir geschenkt habe, nach oben drauf, dann bleibe ich vielleicht. Ja. Also, das ist doch auch bitter, oder? Also, findest du es nicht bitter? Nein, total bitter, da bin ich doch bei dir. Also, es reiht sich leider so ein bisschen darin ein, dass man sagen kann, man hat das Gefühl, und nochmal, eins kann man glaube ich jetzt auch mal sagen, bitte jetzt in Zukunft mal sparen und nicht hier Verträge abschließen, die Hanebüchen sind. Das kann echt nicht sein, der größte Verband der Welt ist mit 34 Millionen in den Miesen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. So, kurzer Sprung noch in die Bundesliga. Was hältst du von Julian Schuster als Nachfolger von Christian Streich, von Christian? Eine Chance, eine Chance. Es ist eine Chance, aber ich, ich weiß nicht, ob das, ob das, ob das wirklich die, 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 die gute Besetzung ist, aber es ist eine Freiburger, es ist ein Freiburger Weg. Insofern wird es wohl schon stimmig sein. Ich habe da, ich kann es schwer einschätzen. Ich glaube, wir alle kennen nicht genau genug seine Arbeit. Das wird der SC Freiburg aber mit Sicherheit einschätzen können. Gefühlt, aber auch nur gefühlt, würde ich wahrscheinlich dann doch eher auf einen erfahrenen Bundesliga-Trainer setzen. Aber nochmal, es ist, Freiburg war immer ein spezieller Klopp. Insofern passt das ganz gut und ich bin mir auch sicher, es wird funktionieren. Wie siehst du es? Ich glaube, dass diese Nachfolgeregelung, auch der FC Liverpool wird das ja jetzt haben, nach Klopp und sowas, dass das unfassbar schwierig ist. Es gibt ja so viele Beispiele in der Geschichte. Guck mal, Manchester United nach dieser unfassbaren Ära, fast 30 Jahre, von Sir Alex Ferguson. Dann kam David Moyes, der kein schlechter Trainer ist, hat ja letztes Jahr mit West Ham die Conference League gewonnen, ist gescheitert. Auch alle Nachfolger, ob sie dann von Kahl hießen oder Mourinho, sind nicht glücklich geworden. Guckst du dir in der Bundesliga an, die Nachfolger von Otto Rehagel, das ist erst gut geworden in Bremen, als Thomas Schaaf kam, der dann ähnlich lange war. Winnie Schäfer in Karlsruhe, keiner mehr an diese Erfolge anknüpfen können. Freiburg, was damals, Robin Dutt ist zumindest in die Bundesliga aufgestiegen, hat da zwei Jahre auch die Liga gehalten, das war okay. Aber es ist ja eigentlich für keinen zu schaffen. Wie willst du diese Lücke füllen? Also A, die sportlichen Erfolge von Christian Streich, dann B, ihn als Person und C, auch als öffentliches Gesicht dieses Vereins. Das kann ja eigentlich gar keiner schaffen. Also du kannst jetzt jemanden holen wie Oost Fischer und sagst, das ist ein ruhiger, besonderer Mann, der vielleicht seine Taktik ein bisschen noch anpasst, der bei Union auch Kult war und das funktioniert dann eins zu eins. Wird wahrscheinlich nicht eins zu eins funktionieren. Dann lieber wahrscheinlich jemanden holen, der völlig unbekannt ist, also als Trainer bisher, er war ja Verbindungstrainer, wie Julian Schuster, der aber schon als Spieler sehr wissbegierig war, denn eigentlich von seinen körperlichen Voraussetzungen in Sachen Tempo oder Körperlichkeit war er, glaube ich, kein Bundesligaspieler, aber er hatte ein strategisches Auge und er hat es auf über 200 Bundesligaspiele geschafft, also sehr beachtlich, obwohl er irgendwie vor seiner Zeit bei den VfB-Amateuren sogar noch in der Kreisliga gekickt hat, also auch jemand, der Ehrgeiz hat, der kämpfen kann, der sich was aneignen kann, das finde ich schon gut und ich glaube, jetzt wird auch niemand von Julian Schuster erwarten solche Pressekonferenzen wie von Christian Streich und es werden auch alle helfen müssen, gerade auch die, die Spieler sind, die mit Schuster noch zusammengespielt haben, da sind noch neun Spieler im Kader, die mit ihm zusammengespielt haben, es ist, wie du sagst, eine Freiburger Lösung, sie werden sich ihn auch schon hingelegt haben, weil die Anzeichen in den letzten Jahren ja auch immer mehr wurden, dass Christian Streich keine zehn Jahre noch Trainer da wird und ich kenne Julian Schuster noch als Interviewpartner nach Spielen, wenn er da war, sehr sympathischer Typ, ich wünsche ihm nur das Beste und ich wünsche das auch dem Verein SC Freiburg und ich glaube und hoffe, Volker Finke war damals sehr verbittert über seinen Abschied und war mit dem Verein in Stress und schwebte dann immer noch so, ich glaube, Christian Streich wird Fahrrad fahren, wird das Leben genießen und wird den Julian Schuster machen lassen und hoffentlich da keine wohlgemeinten Ratschläge geben, die ja eigentlich immer nur eine Belastung sind. Ich sag's mal auch noch ein bisschen populistisch, bei Jürgen Klopp hat's damals in Mainz auch funktioniert. Jörn Andersen war sein Nachfolger, der ist aufgestiegen, aber auch nur ein Jahr und dann hat Christian Heidel vor der Saison Thomas Tuchel dann installiert und der hat ja nun auch eine sehr respektable Karriere bis dato hingelegt. So, bitteschön. Also, alles Gute, Julian Schuster. Genau. So, und jetzt haben wir noch, haben wir noch was oder ganz kurz dieser Abriss noch über unsere EM-Historie? Ja, also, ich wollte vielleicht nochmal auf ein Spiel von die Legends eingehen. Ah, ja, stimmt. Boah, also, wenn man sich das so angeguckt hat und das wurde bei YouTube übertragen, Legends-Spiel Liverpool gegen Ajax und das war ja der ganz große, große letzte Wunsch, muss man schon auch sagen, von Eriksen, da nochmal einzulaufen als Trainer von Liverpool und Jürgen Klopp an seiner Seite, schwer krank, krebsgezeichnet und er sagt selber, dass er nicht mehr wirklich lang zu leben hat und dieser Wunsch ist ihm erfüllt worden und wenn du dann siehst, wie dieser Mann mit dieser Historie wirklich sehr, sehr, sehr gekennzeichnet von der Krankheit in dieses Stadion einläuft und und dann wird You Never Walk Alone gesungen, ich habe da einfach auf dem Sofa gelegen und erst mal eine Viertelstunde lang geheult, weil das ist, dass das fasst du gar nicht. Also, da merkt man einfach, was Fußball leisten kann in Wahrheit, welche Emotionen da transportiert werden können, wie viel Kraft dieser Sport aber auch geben kann und ich glaube auch, dass Ericsson da auch wahnsinnig Kraft geschöpft hat in diesem Moment, das hat man noch gesehen. Also, das war schon auch ganz, ganz stark und das war auch ganz, ganz stark von Liverpool und auch eine Form von Wertschätzung, die auch in diesem Rahmen durchaus nicht nur angemessen war, sondern auch wirklich gut getan hat. Wie siehst du es? Ja, da kann man ja gar nicht anders sehen. also erstens mal finde ich es schon bemerkenswert, dass ein selbstrenommierter und ja durchaus auch erfolgreicher Trainer wie Sven-Georan Eriksson so klar sagt, das war immer mein Lieblingsverein, das hört sich ja erstmal wie so eine Idee oder so eine Folklore an und dann sagt Jürgen Klopp, ja, der kann für den Tag meinen Job übernehmen. Dann gibt es noch diesen Rahmen und da waren ja echt noch ein paar tolle Spieler dabei, Littmann, Van der Vaart und so bei Ajax, Gerard, der ja auch unter Eriksson in der englischen Nationalmannschaft gespielt hat, Aga, der gesagt hat, also Gerard, das ist selbstverständlich und eine große Ehre unter Eriksson zu spielen, dass die Fans da so mitgehen in Liverpool, dass sie auch Eriksson, der ja teilweise sicherlich als englischer Nationaltrainer auch nicht überall beliebt war, so einen Empfang bereiten, so einen Bodenklangteppich, also das war ja sensationell, muss man sagen und das zeigt dann auch, also ich bin, ich war häufig in Enfield und dieser Ort ist Magie und der kann immer wieder zur Magie werden, aber es gibt auch Ligaspiele, da denkst du, ach so, das soll jetzt hier dieses Besondere sein, es ist nicht immer besonders, aber es kann immer besonders werden und da hat Enfield gezeigt, was dieses Stadion, was dieser Verein und was diese Leute da auch für eine Kraft haben und wie du sagst, also das war ja, kriegst du schon, wenn ich erzähle darüber, kriege ich schon wieder eine Gänsehaut, das war einfach sehr, sehr bewegend, sehr, sehr menschlich und ganz, ganz toll. In 81 Tagen ist Europameisterschaft und 1960 war das erste EM-Spiel der Geschichte und 1960, das war in Frankreich. Genau, man muss zur Vorgeschichte sagen, es war der Europapokal der Nationen, es gab ja vorher auch Turniere wie den Metropa Cup oder sowas und es war so, dass Sepp Herberger bei den ersten beiden Auflagen 60 und 64 gesagt hat, was ist denn das für ein Quatsch, stört meine Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft und deshalb erst 68 eine deutsche Mannschaft teilgenommen hat überhaupt an der Qualifikation und es war ja damals so, du hast eine Qualifikation gespielt und es gab teilweise Viertelfinals dann und erst wenn die vier letzten Nationen feststanden, dann wurde entschieden, in welchem Land die Europameisterschaft gespielt wird und du hast es gerade vollkommen richtig gesagt, der erste Gastgeber war Frankreich und der erste Titelträger war die UdSSR gegen Jugoslawien, das sieht man dann auch, was in unserem Kontinent in den vergangenen 60 Jahren passiert ist, in der Verlängerung, also die UdSSR, die auch in den ersten vier Turnieren immer mindestens ins Halbfinale gekommen ist und damit war die Tradition dann begründet. Und 64 war es so, dass ein Däne, also ein Däne hat im Grunde genommen Deutschland gegen Frankreich schon mal vorentschieden mit dem 1 zu 0, mit seiner Taktik und ein Däne war es nämlich Ole Marzen, der der absolute Hero war in der EM-Qualifikation da zu 64 bei den Dänen und das hat auch der FC Barcelona mitgekriegt und wollte ihn verpflichten, hat aber das Angebot abgelehnt und blieb in seiner Heimat bei Hellerup. Der Grund war, Dänemark ließ nämlich an der EM nur Amateure spielen und Barcelona wäre Profi geworden. Zack, und so ist er dann einfach in seiner Heimat geblieben. Da ist er hier, da ist der Däne wieder da und das Geile an der Quali ist ja auch, dass Luxemburg im Viertelfinale war. Das kleine Luxemburg sind ja jetzt knapp an Georgien in den Playoffs gescheitert, ganz bitter am Donnerstag mit so einer Wahrentscheidung vorne und Tor gemacht und dann hinten war aber zunächst ein Foul und die haben damals die Niederlande ausgeschaltet, das muss man sich mal vorstellen. Total, ja. Ja, und Charles Dimmer hieß der Held der Luxemburger und sie haben dann im Viertelfinale eben gegen Dänemark gespielt und das entscheidende dritte Spiel, weil es nach zwei Spielen gleich stand, fand eben in den Niederlanden statt, also am Ort des größten Triumphs, weil damals die Luxemburger ihr Heimrecht den Holländern verkauft hatten und trotzdem weitergekommen sind und da sind sie halt ausgeschieden und der von dir angesprochene Matzen war ja auch der Torschützenkönig des gesamten Wettbewerbes, das wurde damals auch noch gezählt, also von der ersten Qualifikation bis dann zum Endturnier und Europameister wurde dann Spanien im Finale gegen die Sowjetunion, das war halt auch kommunistisches Regime gegen Franco-Regime, das war politisch sehr weit aufgeheizt auch, zum Beispiel in der Qualifikation, ich glaube für die WM 62 sind die Russen gar nicht angetreten gegen die Spanier und ja, dann hieß der zweite Titelträger Spanien für eine ganz, ganz lange Zeit der einzige große Titel der Selektion. Und das Schöne ist, dass wir unseren Podcast auch eigentlich immer wieder, wir haben ja so eine kleine Challenge, Thomas Wagner und ich und ich wollte eigentlich immer schon mal den Podcast mit einem Münzwurf beenden, einfach Münze werfen und dann einfach mal so, ja zack, ja okay, alles klar, der Wagner war es wieder mit seinem ganzen Wissen, 1968 Italien per Münzwurf zum Europameister geworden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt sehe ich, wie genial du bist. Du bist A, vorbereitet, B, kannst du Schlagzeilen, weil du ja Kommunikationsexperte bist. Finde ich super, wie du das hier, wie du immer wieder die richtigen Akzente setzt. Ja, diese Geschichte dann noch vielleicht zum Schluss. 68, die Europameisterschaft in Italien. Italien hat es am Ende im Wiederholungsspiel gegen Jugoslawien gewonnen. Das erste Finale ging 1-1 aus, dann zwei Tage später in Rom montags 2-0. Aber krass war die Geschichte halt im Halbfinale gegen die UdSSR in Neapel. Es gab damals noch kein Elfmeterschießen. Das hat man in Folge hat, dass der bayerische Schiedsrichter Kurt Wald hat das eingeführt, weil er gesagt hat, so können keine Spiele entschieden werden. Es gibt ja auch den Münzwurf deines weißen Balletts, damals im Viertelfinale gegen Liverpool, wo die Münze hochkant stecken blieb in Rotterdam nach dem dritten Spiel. Passiert mir jeden Tag. Ja, klar. Aber hier war ja das Kuriose 68. Dass der Schiedsrichter, der deutsche Schiedsrichter Tschentscher, die beiden Kapitäne und die beiden Verbandspräsidenten in die Kabine gebeten hat. Es wurde nicht auf den Platz geworfen, sondern es wurde in der Kabine geworfen. Und der russische Verbandspräsident, so geht die Geschichte, hat gesagt, er möchte einen Probewurf haben. Das war keine normale Münze, sondern so eine Münze mit Ball und Tor, glaube ich. Und Gewicht auf der einen Seite. Ja, genau, genau, richtig. Und dann war der Probewurf auch für die Russen und der richtige war dann für die Italiener. Und der Kapitän Farchetti läuft dann aus der Kabine auf den Platz mit hoch erhobenen Händen und das ganze Stadion jubelt. Tja, man fragt sich dann schon, Münzwurf in Neapel, in der Kabine hinter verschlossenen Türen. Hm. Hm. Du, du, ganz ehrlich, ja, also ich sag dir eins, wer in Neapel als deutscher Schiedsrichter in die Kabine geht und da die Münzen wirft mit zwei Verbandspräsidenten und zwei Kapitänen, der braucht vor allen Dingen eins. Richtig. Dicke Eier. Wir brauchen Eier. Eier.